Willkommen! Ein mega 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 Schnäppchen habe ich für Sie von unserem neuen Partner Himola, das Modell Easy Comfort 4602 als Winkelkombination mit Multimediateil. Nun, Sitzkomfort mittelfest, hochwertig, top! Hier kommt die Bedienung. Ganz einfach, Sie haben hier oben die Möglichkeit das Kopfteil vorzuholen. Das ist jetzt noch nicht ganz so spannend, dann haben Sie hier den Knopf für den Rücken, dann geht der Rücken nach hinten in die Entspannungshaltung und dann haben Sie hier einen dritten Knopf für das Fußteil, das dann rauskommt. Jetzt gehe ich noch ein Stückchen weiter zurück. So, jetzt rollen wir den Kopf etwas vor. Jetzt kann der Abend beginnen. Jetzt kann nicht nur der Abend beginnen, sondern jetzt habe ich hier auch noch zwei Glashalter, übrigens Sie haben hier auch eine Schnelltaste, wo alles zurückgeht, zwei Glashalter, eine induktive Ladestation für Ihr Handy, eine Musikanlage und einen USB-Anschluss drin. Zwei Weltklasse-Sitze, muss man wirklich sagen, in schicker Formgebung mit einem tollen Longlife-Leder. Das Original-Messestück von Himmela, so stand die Garnitur in Köln, Sie bekommen die Originalgruppe aus Köln von mir zu einem Preis, wo kein Fachhändler mit kann. Sie müssen flexibel sein, Ihnen muss die Farbe gefallen, die Form muss passen, dann schnappen Sie easy comfortmäßig zu. Dankeschön und tschüss.